Hallo, mein Name ist Christoph Rockenstein, ich bin Gründer und Vorstand der Rockenstein AG. In diesem Jahr findet im Herbst der Data Center Day im Vogel Convention Center in Würzburg statt. Für uns als Internet Service Provider der ideale Ort, um Ihnen unsere Tätigkeiten rund um Rechenzentren, Internetanbindungen oder Standortvernetzungen präsentieren und näher bringen zu können. Unsere Kunden fragen uns immer häufiger, wo liegen denn meine Daten, wie sicher sind meine Daten, wie fließen die Daten? Genau diese Fragen und Antworten hier dazu möchte ich Ihnen in meinem Impulsvortrag am 23. Oktober präsentieren. Ich würde mich freuen, wenn Sie dazu kommen könnten. Ihr Christoph Rockenstein